Vielen Dank an das Wikipaka, an das Wiki. Um uns hier zu haben und uns alle wach zu halten, ist wahrscheinlich nicht falsch zu sagen, guten Morgen. Ich würde gerne... Es wurde als Diskussion angenannt, aber ich würde jetzt 55 Minuten mit euch reden. Ich bringe einige Folien an, worüber wir reden können und dann werden wir sehen, wie das läuft. Um zu beginnen, wer von euch schätzt sich selbst als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ein? Wer arbeitet im europäischen wissenschaftlichen System und im deutschen? Gegenprüfung, wer weiß, was die Hauptstadt von North Dakota ist? Scheint niemand zu wissen. Gut. Das Thema heute ist freie Software für offene Wissenschaft. Weil ich zum Beispiel mit der Free Software Foundation in Europa zusammenarbeite, fange ich mit der Definition an. Was ist freie Software? Die gesamte Software, die unter entweder FSF oder OSI Lizenzen veröffentlicht, dass es als Open Source gilt. Die Hauptsache ist, dass diese beiden Definitionen die gleichen Dinge im Wesentlichen aussagen, bloß auf verschiedene Weisen. Es sollte garantiert werden, dass die vier Freiheiten dem Nutzer gewährt sind, den Code zu nutzen, zu studieren, zu teilen und zu verbessern. Das setzt natürlich voraus, dass der Source Code frei und offen erreichbar ist und die Freiheit vorhanden ist, Abwandlungen zu erstellen. Ich glaube, für jeden, der in der Wissenschaft arbeitet, ist es bekannt, dass diese vier Hauptgrundsätze mit dem wissenschaftlichen Vorgehen vorhanden sind. Dass man mit dem Werk anderer zusammenarbeiten kann, um das gemeinschaftliche Wissen zu verbessern. Und aus diesem Grunde führen wir genau diese vier Freiheiten aus, jedoch nicht immer auf den Code bezogen. Das wäre die erste Sache. Und was ist offene Wissenschaft? Open Science. Es ist ein großes Buzzword. Jedoch nimmt die Europäische Kommission, sich die ECOSP, die offene Wissenschaftsplattform, auszufüllen. Und dort definieren sie acht Hauptbereiche oder Bestrebungen oder Prioritäten, werden sie auch genannt. Die Hauptsachen, die beachtet werden müssen, um europäische Wissenschaften offen zu gestalten, als Open Science. Es handelt nicht nur von den klassischen Sachen, zum Beispiel das, was für Open Data bekannt ist. Open Data ist in Schulen in wissenschaftliche Kommunikation einbegriffen. Das könnte sowohl offener Zugriff als auch Digitalisierung von allem sein können. Uns sollte allen bewusst sein, dass die Europäische Kommission Plan S durchgesetzt hatte, was ein recht radikales Programm ist, um wissenschaftliche Ergebnisse zu veröffentlichen. Und das ist Teil der Scholarly Communication, wissenschaftlichen Kommunikation. Ein weiterer Aspekt ist Fair Data, gerechte Daten. Sie versuchen zu vermeiden, es Open zu bezeichnen, da Fair nicht immer Open und Open nicht immer Fair ist. Das bedeutet, dass wir nur zwei der Grundsätze dargelegt haben. Andere Sachen sind zum Beispiel Anreize. Zum Beispiel, wie können wir dafür sorgen, dass die Leute, die die Arbeit verrichten, auch dafür beachtet werden. Oder zum Beispiel, wie wir Quellen angeben und zitieren. Indikatoren wäre... War ich das, oder...? Okay. Indikatoren, Indicators, bezeichnet eine Vorgehensweise, um die einfachen Zitierungsweisen zu überkommen. EOSC, E-O-S-C, ist die Europäische Offene Wissenschafts-Cloud. Es ist recht schlecht definiert, aber es wird besser. Den Begriff gibt es bereits seit drei Jahren. Im Endeffekt geht es darum, eine große Infrastruktur zu schaffen, um wissenschaftliche Daten aufzunehmen. Die Hauptfinanzierung dafür kommt von Nationalstaaten, zum Beispiel von der deutschen Forschungsgruppen. Und es wird groß finanziert von über einer Milliarde Euro über die nächsten zehn Jahre. Also von dieser Größenordnung sprechen wir. Integrität bedeutet, wie können wir diese Integrität darstellen und Skills, Fähigkeiten, wie wir das trainieren können. Und CS, Citizen Science, handelt von den wissenschaftlichen Währlichkeiten der Bevölkerung. Es geht um eine recht grundlegende Änderung, wie wir arbeiten, um ein offeneres und besser teilnehmbares System zu erstellen. So, welche Rolle nimmt dabei freie Software ein? Eine Software, die wir definieren müssen, ist, sprechen wir von freier Software für offene Wissenschaft? So wurde dieser Talk angekündigt. Oder wir sprechen vom allgemeinen Interesse von freier Software in offener Software. Die Unterscheidung wäre, dass für offene Wissenschaften bezeichnet, dass es hauptsächlich um Produkte geht. Software, die von Wissenschaftlern selbst erstellt wird. Dabei haben wir Probleme, wie wir es finanzieren, wie wir es korrekt lizenzieren. Während bei der Sache in Wissenschaften wäre, dass wir über allgemeine Sachen wie Office-Suits sprechen. In beiden Fällen geht es hauptsächlich darum, wie freie Software dazu beitragen kann. Es geht darum, dass wir Ergebnisse wieder bestätigen können. Zum Beispiel, in dem nicht jeder Microsoft Office sich kaufen muss, um gegen Bezahlung die Ergebnisse prüfen können. Eine weitere spezifische Sache für freie Software für offene Wissenschaften ist die allgemeine Sache, dass einige Ideen der freien Software mit den Grundsätzen der Wissenschaft zusammenhängen. Aber die Hauptfrage ist es, passt es zu den Vorgehensweisen, nach denen wir arbeiten? Der Hauptgrundsatz, nach dem wir arbeiten, ist FAIR. FAIR steht für findbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar. Dieses Wort kommt aus 2016. Dieser Begriff handelte hauptsächlich von offenen Daten. Diese wissenschaftliche Arbeit zeigt auch auf, was man bieten muss, um dafür zu sorgen, dass die Daten zum Beispiel findbar sind, zugänglich und so weiter. Wiederverwendbar bedeutet auch, dass wir eine Lizenz zuweisen müssen, sonst wird das Ganze schwieriger gestaltet. Wichtig ist, dass FAIR-Sachen nach dem Akronym FAIR nicht unbedingt mit freier Software zusammenhängen. Freie Software bedeutet, dass wir es ohne Einschränkungen verwenden können, während das Attribut Wiederverwendbarkeit für FAIR nur bedeutet, dass es irgendwie wiederverwendet werden kann. Selbst wenn es eine Lizenz unterworfen ist, bedeutet es, dass es bedeutet, bedeutet es nicht unbedingt, dass es immer wiederverwendbar ist. Und in dieser Hinsicht trifft FAIR nicht auf die definitionfreie Software zu. Und andersherum? Oh nein, ich hab's Alpaka umgebracht. Okay. Ich glaube, ich werde bald von der Bühne geworfen. Okay. Entschuldige. Gut. Andersherum betrachtet kann ich Ton-Code schreiben, unter der unter einer freien Lizenz schreiben können, ist in meinem Garten verkraben und dann ist es weder findbar noch zugänglich. Und auf diese Art und Weise trifft die Definition für freie Software nicht unbedingt auf die beiden Kriterien von FAIR zu. Letztendlich die eine letzte Sache. FAIR beschreibt nur das Produkt, dass es gewisse Kriterien erfüllt. Es ist recht einfach zu erfüllen. Was es allerdings nicht tut, ist, dass es kein Prozess definiert. Zum Beispiel in Deutschland die RFII hat die RFII das kritisiert, dass faire Daten nicht unbedingt eine Qualität von freien Daten garantiert. Wir möchten aber gern freie Daten von Qualität haben. Wir werden wahrscheinlich die Definition irgendwann erweitern müssen. Und darüber könnten wir auch diskutieren, wie wir das fortsetzen werden und es weiter mit freier Software in Verbindung bringen wollen. Ja, also das ist mehr oder weniger die Kurzeinleitung. Es gibt jetzt noch einige Dinge, die wir weiter diskutieren können. Das kommt ganz darauf an, was euch interessiert. Das wären zum Beispiel die europäischen Vorgehensweisen, die deutschen Vorgehensweisen oder die generischen freien Software Werkzeuge. Aber ihr seid jetzt dran. Ihr könnt einfach mal was reinwerfen, dass wir loslegen können. Du hast erwähnt, dass die aktuellen Software Standards nicht wirklich zu den Policies passen. Insbesondere für die EU. Was hast du damit genau gemeint? Es ist so, dass die Open Source Software zu den OSR Vorgaben passt. Aber jetzt eine Frage ist, das ist hauptsächlich diese Slide. Die Frage ist, die Leute, die das Ganze definieren, definieren die Code als ein Forschungsgegenstand. Das Problem ist, dass Code nicht wirklich das gleiche ist wie Daten. man kann Code und Daten haben einfach grundlegende Unterschiede und an der Stelle bricht das ganze System. von der Sichtweise der freien Software gibt es ein paar interessante Punkte, die es aber nicht in die Policies eben geschärft haben. es überschneidet sich viel, aber würde dann trotzdem eben nicht wirklich in das faire Kriterium passen, wenn man Code schreibt. Wenn wir sagen, wir haben ein kommerzielles Unternehmen, das zum Beispiel ein Office-Paket entwickelt, wäre es besser, das Geld nicht in die Lizenzierungskosten zu investieren, wenn man zum Beispiel ein großes Ding wie ein Land ist, sondern eher in das Offene zu investieren. Ist das so ein bisschen das, was ihr angeht mit Open Source? Man könnte das auf eine Art so konstruieren, dass es mit fair sich überschneidet, aber es sagt Zugänglichkeit und wenn man proprietäre Sachen verwendet, dann ist es natürlich nicht zugänglich für jeden, weil man davon dafür bezahlen muss. Aber das war nie wirklich auf unserer Agenda. Der generische Teil kam später mit in den Prozess. Worum es geht, ist, wie können Wissenschaftler sicherstellen, oder wie kann Software, die von Wissenschaftlern produziert wird, frei sein? Was müssen wir tun, um Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen, sodass man besseren Code schreiben kann, wenn man mehr Leute hat, die daran arbeiten können? Das ist aktuell nicht Teil des Forschungsprozesses, oder es wird nicht so gesehen, obwohl es eben Teil des Prozesses ist und damit wichtig. Also ja, wir investieren viel in die Bildung und Forschung und meine persönliche Meinung, wir sollten mehr investieren, sodass Leute keine proprietären Lösungen mehr verwenden müssen oder andere Möglichkeiten haben. Das hat aber dann eine stärkere Komponente in Richtung Bildung, vor allem für Schüler oder Studenten, Studierende. Aber ja, ich stimme zu, es überschneidet sich nicht sehr arg mit dem offenen Wissenschaft Teil. Ich habe gehört, dass einige Leute an den FAIR-Prinzipien arbeiten, insbesondere für Software. Kennst du dich da mit den Unterschieden aus? Hast du davon gehört? Vielen Dank für den Input. Lass mich mal kurz nachgucken. Ich habe da keine Folie dazu. Es gibt ein relativ neues Paper, das erst vor ein paar Wochen erst von Annalena Lamprecht rauskam. Was die versucht haben zu machen, ist, sie versuchen den Katalog oder die ursprünglichen FAIR-Kriterien, sie haben das genommen und haben geguckt, ob das auf FAIR-Software zutrifft. Und haben sie dann geändert und angepasst auf die Art und Weise, sodass es besser in den Prozess passt. Zum Beispiel braucht man eine Art dokumentierte Qualitätskontrolle. Es braucht Repositories, Versionierungssysteme, was eben etwas ist, was wirklich Code und Daten differenziert. Sie versuchen da wirklich, wohin zu kommen und es ist ein guter Punkt, um damit zu starten. Aber ich persönlich denke, dass es nicht vorpreschend genug war. Da hätte man mutiger sein dürfen. Es versucht sehr, sehr dicht bei FAIR zu bleiben und wirklich sich da entlang zu hangeln, weil sie glaube ich denken, das ist das, was Leute kennen. Aber sie sagen auch, wir brauchen nicht zusätzliche Buchstaben in FAIR. Aber es sollte irgendwie dieses eine Konzept, man möchte dieses eine Konzept haben für Daten. Deswegen denke ich, dass es wichtig wäre, wenn man da mutiger vorangegangen wäre, um die bestehenden Grundsätze, die wir haben, besser weiterzuentwickeln und anzupassen. Aber man kann es trotzdem gut lesen. Vielen Dank für den Talk. Ich fand den gut. Ich arbeite in der Forschung und ich finde es super wichtig, dass wir darauf achten, die Forschungsinfrastruktur, wie eben die Daten und dass Dinge auffindbar sind und zugreifbar, dass wir darauf achten. All diese alten Verlage versuchen, auf die ganzen digitalen Bedürfnisse der Wissenschaftler einzugehen und das ist ein gewisser Kampf, den wir fast verloren haben, scheint es. Es gibt verschiedene interessante, gute und Open Source Alternative zu dem, was sie anbieten, aber jedoch wird es nicht gut anerkannt, weshalb das so wichtig ist. Ja, dem stimme ich zu. Ich glaube, dass es interessant ist, dass viele große Firmen von diesen Traditionen, Geschäftsmodellen abweichen, denn sie haben bemerkt, dass sie dort was verlieren. Zum Beispiel, wenn es um große Daten, Software für Institute geht, zum Beispiel in den Niederlanden oder in deren Regierung, dass dort gesagt wird, dass ihr alles kostenlos verwenden dürft. Jedoch werden wir eure zentrale Daten, eure zentrale Datenlösung darstellen. Das mag zwar einigen Politikern gut erscheinen, aber das wird niemand anderem hier im Zimmer gefallen. Zum Beispiel, weil diese Firma viel mehr als Microsoft gehasst wird. Man weiß nicht, warum. Sie gewinnen bloß 35% an Einkommen jedes Jahr. Ja, vielen Dank für deinen Talk. Was ich noch nicht komplett verstehe, ist, warum verwenden wir das faire Konzept als Hauptreferenz? Mir scheint, dass das Konzept von offenem Zugriff viel besser anwendbar auf offenen Codes ist, zum Beispiel bezogen auf Referenzen von und zu Code. Das Prinzip des offenen Zugriffes hat die gleichen Antworten wie das wissenschaftliche System. Also warum behandeln wir Code nicht auf gleiche Art und Weise? Ich bin komplett für diese Idee geöffnet, denn das ist der Hauptgrund, weshalb wir diese Diskussion führen. Es geht hauptsächlich darum, aus den EU-Vorschriften rauszukommen, denn die EU redet sehr häufig von fair. So etwas wollen sie probieren, testen, bewerten, aber ich stimme durchaus zu, dass wir letztendlich sagen können, dass die Offenheit viel wichtiger als das faire, als dieses fair Prinzip ist. Und daher wäre offener Zugriff wirklich die bessere Grundlage, von der man arbeiten könnte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.